Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play. Woffenschein 2 sind New Colossus. Wir müssen uns jetzt hier die... Wir hatten letztes Mal ein Casting und müssen uns jetzt hier die Codes für Udin besorgen. Ah. 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 Wo war das denn? Alle tötigen Kugeln kommen gerade von... ...seitig von euch. Idioten. Ich denke echt ist hier nicht da. Guten Tag. Wie geht's denn so? Äh. Ich weiß gar nicht wie viel, wie viel, wie viel haben wir jetzt mittlerweile noch nicht. Wie viel... Ach und das Enigma-Codes. Ich weiß gar nicht ob das nachher reicht. Oder ob man hier auch Enigma-Codes bekommt bei den... ...Überfällen. Äh. Bei den Überfällen. Bei den Dingern. Wollen wir doch mal gucken. Hm. Da trampelt was? Was trampelt da? Wie ist denn der Krieger? Ja. Wie ist denn der Krieger? Ganz ehrlich, ja. Kriege ich ja schlecht tot. Hey. Und dann, den... Das ist doch mal nicht der Krieger. Da ist schon, da ich weitergehen. Da ist schon, da ich weitergehen. aber gut egal nicht doch die knall auch gott die ist leer der reizt jetzt mal gut die hätten wir wer soll er gleich bedrohlich eben amal jetzt haben wir es jetzt sind sie jetzt haben wir die band dem paul oder noch die aufs maul wollen aber nichts weltbewegendes das war ein guter angreif was 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 die sozialisierer show oder schlechter und ein hundern ich bin jetzt habe ich gewollte gewohnt oder hinten hallo reicht scheiß köder hi au den es gehört erlaubten ist knacken gehört das war wirklich eklig das war ja schon war schon mehr als eklig alter bj au ja jetzt sind auch so blechbüchse wissenschaftler eigentlich so nicht haben aber okay die werden tot und wenn sogar maule tot es fällt in einem jantz schießen oder hallo das ist doch mal mal auf mich dauerhaft anzuschießen das macht man nicht das kürze ich einfach nicht und fragt bevor man das macht okay dann hat er sich gelernt irgendwie in der schule dass man die frage bevor man immer anschließen darf guten morgen geht es so ja ich hasse die knarre die so scheiße ja ich hasse diese diese knarre die so doof ich kenne eigentlich nur mit der hier der kann man es schon mal egal egal gut da haben wir es ja mein ticket raus ok oh ist jetzt irgendwas raus transportkapsel bereit zum einsteigen danke sehr ja ich 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 und ich ich eingeleitet raumanzug wien ist auf gotte heißen umgebungen auf der wiener luft ist steckig die hitze erdrückend wie texas im sommer so dass du den text keinen anzug auf einen kleinen einbruch aus den general stattfinden und die odeln kurz für general engels schiffsstehen rein und wieder raus ja wenn es einfach und Was ist das? Verdammt, ich verbrenne Da jetzt vorbeizukommen, aber das war noch eine ganz schöne Herausforderung Scheiße Oh klar, es ist ja gar keine Waffe, ich habe jetzt die... er ist sogar nach nicht nicht ja wow wenn wir da mal gut trifft dann es war klar na ja gerade muss ich irgendwie finden ja war ja auch keine kein leser als schiffstern rein und wieder raus warum man sich nicht meine muss ja irgendwo eine augenstation geben wo ich es aufladen könnte verdammt ich verbrenne jetzt schon ich da gibt es darf ich dann machen wir es schon so viel weil ganz endlich gegen das fiech werde ich nicht ankommen hier ist es sogar noch weg da ist er da ist ein ding und station bis der bis der bei mir ist das wieder weihnachten das heißt wir müssen erst mal da rein jetzt nach oben aber funktioniert okay okay der reiziger wird aber man kann ja auch nicht mal aufladen das ist du oder tausend im Traumjahr mal auch klar das mit der Verstärkung wird geschuld aber es weiß so bestimmt wenn er an die Fresse wartet Der haben den. Danke sehr. Dass sie so kooperativ sind. Vielleicht fahr ich das scheiß Ding erst mal wieder auf. Ich hoffe nie, dass es dazu kommt, dass ich so ein großes Ding alt töten muss. Da bin ich im Arsch. Eine Star-Karte, juhu. Bitte den Generalstab. Na gut. Jetzt bin ich erstmal hier oben, was nicht ganz gut ist. So bin ich dem Roboter erst ein bisschen weiter weg. Weil hier oben ist er ja nicht. Schon wieder diese Hitze. Hier ist die Hitze. Okay, danke. Dass du es mir saßt. Verdammt, ich verbrenne. Verdammt, ich verbrenne. Das ist mir irgendwie noch nicht so aus, als würdest du dich verbrennen. Ist es darauf aber ein bisschen. Hier ist, ah, hier ist die Station. Zu heiß. Ich brauche eine Verkühlung. Moment mal. Mist. Wuscht der General dann nicht auch mal sich abkühlen? Klar. Als könntest du... Ja, als könntest du mich so sehen. Das logisch wäre. Wenn wir hier ein bisschen vereinen. Ich dachte mal. Das logisch wäre jetzt nicht von general engel also von nichts angst das glaube ich jetzt mal weniger jeder mieter für irgendwas angst aber ganz im lief willst du dir verstärken und checken was denn hey wie hat er mich denn gesehen ja ist ja gut jetzt als maul so jetzt geil mit zum mit zum eis problem haben wir es nicht eigentlich und jetzt es ist ja auch und haben wir das theoretisch wollten sie es haben aber gar nicht immer durfte man gar keine wo denn sind die dinger denn auch weil sie sie nicht sie schon aber es ist doch gleich weg hallo ist der jetzt weg oder das ding allein das andere ding okay wo ist der ich muss einfach nicht was denn ich komme jetzt wieder wir haben sogar keine Rüstung fallen lassen ich muss ja ein bisschen Rüstung gehabt haben ich überrenne euch ne wir sind wir lieber ich bin wirklich genug scheiße das könnte jetzt ein bisschen böse enden er flagrieren noch ist aber halt doof ok warte 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 mal ganz kurz ok als den piepzug ok das ding gibt da werde ich mehrere waren hinweise ganz praktisch das ist doch ein bild auch jetzt ist das so blöd gemacht dass ihr euch siehst ja auch so wenig zu heiß ich brauche eine akkulung hey woher habe ich denn jetzt die 100 hm ok da brauchen wir 100 dinger ok ja man sieht ja auch kaum was äh das ist Bescheid wenn ich dann noch einmal an die Signaltypen rankommen würde dann wäre es mir egal oh ja jetzt kommt wie es hier noch was die ja es ist lächerlich woher soll ich denn das war ja okay meine meine ding ist immer weg ne es ist lächerlich wie soll ich das denn sehen hallo ja es ist ein bisschen lächerlich aber ganz ehrlich ach komm man muss ja nicht immer so scheiß ziehen einbauen wo dann da sitzt dann ja ich hab dich ja nicht mal gesehen ich brauche eine akkulung dann wieder auf einmal null ist auch so unlogisch kann ich auf einmal null gerüstung haben wie schnell schießen die die bürchen runter kann ja gar nicht reinhalten ohne witz zeigt dann dass sie noch gar keinen sinn zu starten weil man eben hochkommt also das leben auf der wehne aus wie es ist von mir jetzt immer die ganze ganz schieße ich davon nicht aus los vor jetzt jemand hier auf die idee kommt über den schott zu nutzen der kaffee der kreis noch mehr nicht so ich hab mir gedacht, wir müssen den blöden ach so, du auch noch wird, wird, kommt noch ein Ding weiß nicht, wie viel davon kommen so, dann schieße ich hier von mir aus los hallo verpisst euch doch mal, die blöden teile oh gott, oh gott, er ist ja ruhig, er würde, würde ich werde mich sofort um dieses Problem kümmern ja, ich verkeh, was der für eine Knarre hat, der es irgendwie so schnell wenn er auf uns auch ein Packball hankern kann was, 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 was haben die denn für Waffen doch mal immer ganz gern wissen, dass die hier Waffen haben, oder, oder, oder weil die auch mehr sehen als ich das ist ein scheiß Rauch hoch, ja, klar, was hast du denn für eine Knarre, Junge als wenn du, als wenn du so eine Knarre hättest ja, ja, klar, ne hier ist das Logo ja, okay, 4, 4, 4, warte, warte, warte wenn du so nachher kommst du hast Sturmgewehre sie war nicht nur so heftig so, ich bin jetzt heftiger geworden kann man nicht so erzählen so, klein damit trefft ihr nicht immer die Pistolen treff ich im Wind oder, nimm die Knarre ne, 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 die hä? was ist denn das, ne Knarre, die die benutzen ich kann jetzt überall sterben das ist, ja, das ist ein bisschen doof ja, alt sind ja noch mehr ja, natürlich, das ist voll bis ich da oben bin, ist Weihnachten ne, toll, hab ich noch nicht getroffen, ne Problem ist der Scooter natürlich der Fischer hat gut gemacht im Game, dass sie, dass sie keine unendliche Verstärkung ist das heißt, egal wie lange ich jetzt hier aussahre ah, ihr habt solche Laseridioten ja, klar, ne du, du, du siehst den Pixel von mir an Tristan, genau das Problem ist ich kann nicht hochschießen weil ich keine Munizierung habe oder wenig ja, wow das ist natürlich so schnell es geht da auch noch was hat Hallo kannst du mal sterben dort? dort oh ja, natürlich oh geil Muni Muni für die Knarre, der ist gut du bist jetzt her gib es mal her da bist du hier erstmal woher du bist du bist du bist da du bist du bist aber das Ding ganz bisschen ne obwohl heihoff weinander geil oh wir haben es geschafft zum block ich würde auch jetzt ganz gerne wussten jetzt nicht der ziel es ist doch der scheuer jetzt hat man das ziel doch da jetzt hat man das ziel doch mal hallo taktik ganz mal ganz viel mal das team an dem wir hier muss da er sagt es doch nicht dahin muss es ist bescheuert wenn zu weit dann drasteht der denn die es die mann zeit ist voll das komische ein zeigesystem ja na ist okay ist okay ist okay recht ist jetzt oder dort das sind Oh, wow, 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 da war eben nicht schlecht. Wow. Werde mir aber Fassungen über. Oh, nein. Oh, wir haben die Sinne geschafft. Gut. Da würde ich sagen, Leute, dass wir uns jetzt hier einen kleinen Cut setzen. Dass wir uns jetzt hier einen kleinen Cut setzen. Und im nächsten Part weitermachen. Wuh. Das wäre eben etwas aufregend. Das würde mir etwas umzuaufregen, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Aber egal, wir sehen uns. Bis dann, Leute, und tschüss.